Gute Nacht, liebe Landsleute. Willkommen zu Des Teufels General von Karl Zuckmeier. Es geht in diesem 1945 abgeschlossenen, dann wahnsinnig erfolgreichen Theaterstück um einen Promi-Soldaten in Nazi-Deutschland, der mit dem Versuch scheitert, anständig im Reich des Bösen zu bleiben. Die wichtigsten Figuren sind er hier, der coole General Harras. Fliegerlegende und hohes Tier bei der deutschen Luftwaffe. Von seinen Untergebenen, die ihn alle anhimmeln, ist der nette Oberst Eilers. Erstmal wichtig, ein treuer Parteisoldat. Und von dessen Piloten der bescheidene Leutnant Hartmann, der eigentlich total unpassend mit Pützchen verlobt ist, das ist sie hier. Das ist die junge Schwägerin von Eilers eigentlich, die weiß total, was sie will. Das Gegenstück zu ihr ist die nette Soubrette, also Sängerin Dido Geis. Dido scheint ein ganz normaler friesischer Vorname zu sein, das wusste ich noch gar nicht. Dann erwähnen wir noch den fleißigen und unscheinbaren Ingenieur Oderbruch aus dem Luftfahrtministerium, sowie den eher diabolischen Dr. Schmidt Lausitz aus dem Propaganda-Mysterium. Es gibt noch eine Menge anderer Figuren. Wir schreiben das Jahr 1941. Polen und Frankreich sind besiegt, die Wehrmacht ist auf dem Weg nach Moskau, die USA sind noch nicht im Krieg. Und in einem edlen Restaurant in Berlin schmeißt Haras eine Party. Blitzkrieg, äh, blitzschnell, stellt der Kellner Detlef noch was hinter der Wandverschalung an. Klick! Und da ist er auch schon, der große Mann, und unterhält sich mit dem Inhaber des Etablissements. Mensch, Otto, Edel geht die Welt zugrunde. Was tickt denn hier? Tickt der General? Vielleicht der Ventilator? Nee, nee, da hinten, äh, vergessen Sie's. Ah, hier sind ja schon meine Gäste. Mein lieber Eilers! Morungen! Pflunk! Schmidt Lausitz! So, äh, schön! Und der Besitzer so, heil, guten Abend! Und er so, sagen Sie einfach guten Adolf, da ist für jeden was dabei. Und alle lachen, außer Schmidt Lausitz. Also, äh, man weiß einen Spaß zu verstehen, wenn er nicht zu weit geht. Und er so, deswalte Himmler! Dann kommen die Damen dazu, nämlich erstmal die Frau Eilers, die sich zu ihrem Mann stellt und deren Schwester, nennt mich Pützchen! Und zum Anlass des Abends, also, Oberst Eilers, Happy Birthday, deswegen sind wir ja hier, alles Gute zum 50. Sag du zu mir, Fritze! Und er so, auf Haras! Na, alle trinken mit. Und er so, nee, auf den Führer! Nee, der mag keinen Alkohol. Grrrr! Okay, irgendwann kommen sie natürlich doch zum Beruflichen und, ähm, der Morungen ist ziemlich aufgebracht. Was ist denn jetzt? Und Haras, ich habe keine Ahnung, wie es zu diesen Schäden bei einem Dutzend neuer Flugzeuge kommen konnte. Das ist wirklich übel. Der ist der Präsident von so einem Materialbeschaffungsamt. Die sind aufgeregt, aber die Eilers kriegen davon erstmal nichts mit und sind total happy über die Party. Das bedeutet dem Fritz so viel! Sie waren für ihn immer die Nummer zwei nach dem Führer. Dabei bin ich überhaupt nicht in der Partei. Okay, jetzt kommen noch ein bisschen mehr Flieger, nämlich zum Beispiel der gerade dekorierte Leutnant Hartmann und dann gibt es auch noch den Pfundmeier. Und der so, Harry, alter Distelfink! Und der so, Pfundl, wir sind Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg. Und der ist schon ein bisschen besoffen und lässt sich dann zu sowas hinreißen wie, du hast das geschafft, Harry, General! Dabei bin ich schon von Anfang an in der Partei gewesen und bin bis heute nur ein kleiner Hauptmann. Ist das vielleicht eine Gerechtigkeit? Und der so, da hast du recht, ich bin kein Nazi, kein Parteibonze, hab nirgends eingeheiratet oder Juden beklaut. Ich bin einfach nur ein Flieger und wem es nicht passt, der kann ja gehen. Und der so, also, das ist aber jetzt peinliche Stille. Und der Propagandaschmidt muss das dann auch irgendwie retten und sagt, er will sagen, der Führer hat seiner Flugleidenschaft endlich wieder Ziel und Richtung gegeben. Und der so, na denn, Prost! Glücklicherweise entschärft sich die Situation noch, als mehrere Theaterdamen ankommen, darunter die alte Geiß, Harry, Mensch! Alte Bekannte von ihm und ihre junge Nichte, oh lala! Und dann lädt der Reichsmarschall Göring, der den Rest des Restaurants in Beschlag genommen hat, im Prinzip alle zu sich ein. Irgendwann sind nur noch der Harras und der Morungen allein und dann können sie mal offen miteinander sprechen. Und er sagt, der Fehler war Russland, das können wir rechnerisch nicht mehr gewinnen. Aber dann ist ja unser Deutschland dahin. Überrascht sie das? Sie haben die Kerz doch finanziert. Mir war es gleich klar, dass es wieder einen Krieg gibt und einen Luftkrieg ohne mich, das könnte ich nicht aushalten. Aber das ist so eine verfluchte Sache. Sie meinen das mit den Materialschäden. Ja, das ist so systematisch, das riecht nach planmäßiger Sabotage. Vielleicht inszeniert das ja die Gestapo, um mich zu kriegen. Na, ich habe den Oderbruch drangesetzt. Es wird aber noch weiter gefeiert, unter anderem flirtet der General heftig mit der jungen Ditto. Hier, mein Kind, was zu trinken, Spezialkocktail. Prost, Herr General, ich heiße Harry und ich heiße nicht mein Kind. Kann ich noch was haben? Ja, ein Kuss. Aber da geht die Tante dazwischen und sagt, Kindchen, geh mal nach nebenan. Ich habe was Wichtiges. Bergmann war sechs Monate im KZ Buchenwald. Jetzt ist er todkrank im Spital, aber von dort können wir ihn rauskriegen. Legal geht es wohl nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Also dann, Kori Anke, das ist sein treuer Chauffeur. Und er sagt, passen Sie auf, Sie bringen mir den Professor Bergmann, den berühmten Chirurgen, der uns mal zusammengeflickt hat, morgen Nacht von der Wohnung von Frau Geist zum Flugplatz. Seine Frau kann nämlich fliegen und er kriegt mein Flugzeug. Jawohl. Problem gelöst. Es wird immer mehr getrunken. Harras streitet sich dann leidenschaftlich mit dem Schmidt Lausitz. Also das ist doch, bis dieser geht. Dann kommt die Meldung. Urlaub gestrichen. Alle Herren von der Staffel sind an die Front zurückbeordert. Die Party ist vorbei. Immerhin kommt Harras noch mit dem jungen Hartmann ins Gespräch, den er vorher gar nicht so richtig kannte. Was ist denn los? Stress mit Pützchen? Ach, sie hat die Verlobung gelöst. Wir waren noch gar nicht richtig verlobt. Wieso das denn? Für eine meiner Urgroßmütter kriege ich keinen Aria-Nachweis. Wie bitte? Ja, unter vier Generationen Aria heiratet sie nicht. Ja, dann seien Sie froh, dass Sie die Schnäpfe los sind. Es gibt Besseres, Größeres. Ja, den Tod auf dem Schlachtfeld. Junge! Scheiße! Du sollst überleben, klar? Ein junger Mensch muss sich aufs Leben freuen. Und es wird ein richtig philosophisches Gespräch, bis der Hartmann irgendwann heulen muss. Und er beordert, Koryanke ihn nach Hause zu bringen. Und morgen früh machen wir ihm noch ein gutes Frühstück. Er muss dann wieder an die Front. Harry selber geht noch ein bisschen feiern. Und der Kellner Detlef eilt irgendwann rein und stellt das Gerät ab, hinter der Wandverschalung. Ja, das Abhörgerät hat nur teilweise funktioniert und ein bisschen getickt halt, ne? Ja was, ich hab Familie, ich muss irgendwie durchkommen. Einige Zeit später schauen wir in die Wohnung des Generals, wo sein Adjutant Lüth-Johann und sein Chauffeur Koryanke händeringend warten. Jetzt ist er schon 14 Tage weg bei der Gestapo. Dann kommt erst ein amerikanischer Journalist vorbei, der untergetaucht ist. Da steht auch schon das Sonnenscheinchen Schmidt-Lausitz im Raum. Der Herr General kommt gerade von der Ostfront zurück. Wie bitte? Und da ist er auch schon. Habe ich Sie eingeladen? Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Sie haben 10 Tage Zeit, die Flugzeugsabotage endgültig aufzuklären. Andernfalls, wissen Sie, ich persönlich würde Ihnen keine 10 Minuten geben. Oh, gleichfalls. Und entspannt zieht der Haras eine Pistole und schießt mal auf eine Zielscheibe an der Wand. Und der so, ah, ich gehe ja schon. Dafür kommt jetzt sehr viel angenehmere Gesellschaft, nämlich Dido, die jeden Tag hier vorbeigeguckt hat. Gott sei Dank, wir hatten gefürchtet, es könnte wahr sein. Wäre das so schlimm für dich? Sonst wäre ich nicht hier. Und ganz schnell sind sie sich einig, dass sie den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Ich muss nur noch das Engagement in Wien absagen. Nee, nee, warte mal. Die sind hinter mir her. Es kann jeden Moment vorbei sein. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Da wird ihre Tante Olivia ohnmächtig reingetragen und er so, ah, warte mal, ich weiß schon, wie ich das hinkriege. Frau Geis, ihr Auftritt und sie so, ah, keine Details, welches Stück? Ach, du bist das, hör mal, du weißt es noch nicht, oder? Und sie spricht allein mit ihm. Bergmann hat sich umgebracht, das mit der Flucht hat ja nicht geklappt. Und hier ist ein Abschiedsbrief. Den liest Haras verdammt. Aber wir kommen alle dran. Harry, du musst weg von hier. Es geht nicht. Ich muss erst noch die Wahrheit rauskriegen. Jetzt kommt noch mehr Gesellschaft, zum Beispiel Mohrungen und seine Tochter Pützchen in neuem Outfit. Ja, ich mache jetzt Nazi-Karriere. Und für die geht die Party erstmal in der Küche weiter. Dann unterhalten die beiden sich mal ernsthaft. Und er sagt, so, und sie haben jetzt den Verdacht für die Sabotage komplett auf mich abgewälzt. Ja, ich konnte nicht anders. Wir sind auch einem Restaurant abgehört worden. Und klar, sie wollten sich retten. Nein, ich will sie retten. Sie müssen jetzt in die Partei eintreten und uns vor dem Bolschewismus retten. Ach, wissen Sie was? Retten Sie mal schön ohne mich. Jetzt gehen die auch mal in die Küche. Pützchen reißt sich diesen Brief unter den Nagel. Den kann ich vielleicht nochmal gebrauchen. Haras schmiedet Pläne. Soll ich sie jetzt echt heiraten, die Dedo? Und mit ihr fliehen? Vielleicht mit dem Flugzeug? Da kommt eine Hiobsbotschaft. Extra Blatt, Herr General. Eilers ist tot. Maschinendefekt. Was? Und keiner sagt mir was. Korianka holen Sie Oderbruch. Dedo? Ja, mein Schatz. Geh nach Wien. Für mich. Ich hoffe, nachkommen zu können. Na gut, dann mach ich das. Und nach und nach gehen alle, außer Pützchen, die sich in einem Schrank versteckt hat. Ich will nicht, dass Sie sich wegschmeißen. Heiraten Sie mich. Sie können die Nummer zwei nach dem Führer werden. Mit mir an Ihrer Seite. Und er so. No way. Grrr. Man schmuggelt nicht einfach ungestraft Juden über die Grenze. Wie bitte? Erpressung? Raus hier oder ich peitsche dich aus. Dir zeige ich's. Der Akt endet mit dem Auftritt von Oderbruch, dem Ingenieur. Und er so. Maha. Habe ich sie erschreckt? Oh Gott, es ist so schrecklich mit dem Eilers. Wir müssen rauskriegen, was dahinter steckt. Es ist nie zu spät für die Wahrheit. Und sie fangen an zu arbeiten. Zehn Tage später befindet sich Haras in einem Büro auf dem Militärflugplatz, wo er ununterbrochen gearbeitet hat. Und er wendet sich an Koryanke und sagt, so, die Zeit ist um. Wie sieht's draußen aus? Ja, es ist schon angetreten. Hör mal, Koryanke, wenn was passiert, fährst du nach Wien zu Dido. Ist das klar? Ja, mach ich. So, und jetzt die Vernehmung. Es handelt sich um die Vernehmung von zwei Arbeitern, die verdächtigt werden, mit der Sabotage zu tun zu haben. Oderbruch ist auch dabei. Und die Polizei hat sich an ihnen schon die Zähne ausgebissen. Deswegen sagt er, ich will ganz offen mit euch sein, Leute. Ihr kommt aus dem KZ nur raus, wenn ihr irgendwas liefert. Ich will nur, dass diese Sabotage aufhört. Und nur so können wir uns gegenseitig helfen. Also, könnte es zum Beispiel sein, dass die Gestapo was damit zu tun hat? Habt ihr was zu sagen? Und sie knabbern ein bisschen rum, sagen aber nein. Das tut mir sehr leid, vor allem für euch. Schmidt-Lausitz findet es überhaupt nicht schlimm. So, abführen. Die kommen dann offensichtlich ins KZ jetzt. Und wir sehen uns heute Abend um sieben. Die Uhr tickt. Ja, ja. Draußen hören wir Motorgeräusche. So, das ist die Schwestermaschine von der, in der Eilers abgestützt ist. Die müssen wir noch testen. Der Schmidt-Lausitz geht. Oderbruch ist jetzt auch nicht mehr da. Dafür kommt Hartmann, der nämlich verwundet worden ist. Und der General fragt ihn. Hartmann, wie geht's? Ja, es ist nicht weiter schlimm. Aber ich muss Ihnen was sagen. Die Gerüchte stimmen. Es gibt wirklich Gräueltaten, Massenerschießungen. Ich hab es selbst gesehen. Das ist doch schändlich für uns als Soldaten. Und sie werden wieder sehr philosophisch. Am Ende sagt der General, hier, Sie arbeiten ab jetzt für mich. In Ordnung? Ja, danke, in Ordnung. Dann kriegt er nochmal Besuch, nämlich Anne Eilers. Und er will ihr die Hand geben. Aber sie sagt, Sie haben ihn umgebracht. Und er so, was hätte ich denn tun sollen? Sie haben nicht an das geglaubt, an das wir geglaubt haben. Sie hätten was tun können. Ich bin doch nicht Gott. Und ich bin kein Zerstörer. Und nicht dieses erbärmliche Gesindel Eilers war nicht erbärmlich. Und dann geht sie wieder. Es gibt einen kleinen Schnitt. Dann folgt der Showdown mit Oderbruch. Und er sagt, tja, die Gestapo tappt im Dunkeln. Weiß auch nicht, was dahinter steckt. Der Schmidt Lausitz hat mir schon mal eine Pistole gegeben, um selber Schluss zu machen. Aber ich hab es fast. Und er so, äh, was denn, Herr General? Pass mal auf, Oderbruch. Das wird diesen Raum nicht verlassen. Ich schwöre nie, etwas zu sagen. Wollen Sie nicht sprechen? Die Wahrheit. Und dann nickt er und sagt, Sie? Nein, er, wir. Ihr gehört zu Verschwörern, die die Flugzeuge sabotiert haben. Wir kennen uns untereinander nicht. Aber wir wissen, dass wir diesem Deutschland die Waffen nehmen müssen. Und dafür bringen sie die eigenen Leute um. Das war nicht so geplant. Wir haben gedacht, die kaputten Maschinen werden identifiziert und raus im Verkehr gezogen. Die hätten niemals fliegen dürfen. Ja, aber was hat sie denn dazu gebracht? Einfach Scham. Und ich weiß, dass Sie einer von uns sind. Ich soll mich jetzt schlachten lassen? Für was denn? Für Ihre Seele. Für das ewige Recht. Für Freiheit. Na gut, dann gehe ich jetzt. Sie können mit Cori Anke durchkommen. Und er so, ja, wohin wollen Sie denn jetzt gehen? Na, aufs Flugfeld natürlich. Nein, kommen Sie mit mir. Ich habe Kontakte in die Schweiz. Und er sagt, nee, nee, nee. Ich war auf Erden des Teufels General und habe ihm die Bahn freigebombt. Jetzt muss ich ihm schon mal die Hölle heiß machen. Und ab geht er. Und wir hören, wie er das Flugzeug startet. Und plötzlich verstummt der Motor. Nein! Ende. Und das, liebe Gemeinde, war des Teufels General von Karl Zuckmeier. Vielen Dank. Joa, so weit, so cool. Es wundert mich nicht, dass des Teufels General nach dem Krieg rauf und runter gespielt wurde, wahnsinnig erfolgreich war. Denn es macht ja den ZuschauerInnen ein Deutungsangebot, das sie damals nur sehr schwer ablehnen können. Nach dem Motto, was hätte ich denn tun sollen, wenn sogar eine ganz große Nummer wie der Haras letztlich machtlos war? Am Ende sind wir doch alle nur Opfer der Nazis. Als Theaterstück ist das eine ziemliche Zumutung. Denn da passiert ja so gut wie nichts. Sie reden die ganze Zeit nur. Schwer zusammenzufassen, denn die KunststoffkollegInnen und ich sind ja eher auf knappe Sprüche und Action spezialisiert. Aber da scheint es einen großen Redebedarf und Rechtfertigungsdruck zu geben. Das scheint mir dahinter zu stehen. Das Zweite, was mir auffällt, ist die Sprache, die ich in der Zusammenfassung natürlich nur ganz unzulänglich wiedergegeben habe. Es ist ein Fliegerjargon mit vielen englischen Ausdrücken. All right. So haben diese Wehrmachtsoffiziere nicht nur in der Luftwaffe wirklich gesprochen. Es ist eine coole Männersprache mit vielen Witzchen, mit viel Flirt. Flirt auch mit dem politisch Verbotenen. Und diese Sprache macht eine Welt auf, in der Ritterlichkeit, Ehre, Anstand im Militär zu Hause sind. Das ist so was wie der Mythos von der guten Wehrmacht. Und das gilt natürlich vor allem für die Gestaltung der Hauptfigur. Menschlich ist dieser General Haras allen anderen überlegen. Die Nazis beschämt er, den Frauen bricht er im vorübergehenden Herz. Von seinen eigenen Untergebenen wird er von allen angehimmelt. Er ist ein echter Held und er surft auch auf dieser Welle und er weiß das. Hat dabei seine Schwächen, aber er ist hilfsbereit. Und irgendwie gebrochen und am Ende hängt er noch nicht mal am Leben. Perfekt, oder? Das sagt alles ganz deutlich. Natürlich war der Nationalsozialismus schlimm. Aber wir hatten ja auch gute Leute wie ihn hier, zu denen wir aufgeschaut haben. Insofern waren wir anderen nicht völlig bekloppt, wenn wir dem System die Treue gehalten haben. Das ist jetzt kritisch dem Stück und dem Autor gegenüber, denn es heißt ja, dass dem Publikum ein psychologischer Ausweg, Verdrängung angeboten wurde und eben keine Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld. Aber es werden auch Verbrechen des Nationalsozialismus benannt und auch Massaker der Wehrmacht beispielsweise, eine Mitschuld aller Beteiligten. Auch wenn es nicht weit genug geht, das war 1945 auch keine Kleinigkeit. Zuckmeier liefert dem Publikum einen Helden. Das ist leider eine nahtlose Fortführung der Nazi-Ideologie, die genauso mit Leuten beispielsweise wie Rommel gearbeitet und manipuliert hat, ja sogar dessen erzwungenen Selbstmord dann noch als Staatsbegräbnis instrumentalisiert hat. Zuckmeiers Kollege Brecht sagt dazu, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Und wieso? Personenkult, vor allem in den sozialen Medien, steht hoch im Kurs. Die Sehnsucht nach kleinen Führern steigt politisch extrem an. Ich finde, das ist unglaublich von gestern. Oldschool. Das Stück kann uns bei der Selbsterkenntnis helfen und dem Selbstcheck, brauche ich wirklich einen weißen alten Cis-Heteroman als Helden oder kann ich anders denken, in Netzwerken, in denen Vielfalt gelebt und gefeiert wird. Soweit unser kleiner Ausflug in den patriarchalischen Militarismus. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert mich. Wenn ihr Fans seid und mehr Content von diesem Kanal braucht, weil ihr Bücher lebt, Plymobil süchtig seid, dann lasst euch einladen, werdet Teil der Weltliteratur-Community auf Steady. Dort unterstützt ihr meine Arbeit direkt und bekommt exklusiven Content. Let's Reads und direkten Kontakt zu mir. Alles Liebe, lest was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss!